Eine Teilnehmerin der US-Fernsehshow The Amazing Race, das erstaunliche Rennen, war tatsächlich mehr als erstaunt, als sich das Katapult, mit dem sie Wassermelonen auf eine Ritterrüstung schießen sollte, plötzlich gegen sie selbst richtete. Die junge Frau kam offenbar mit dem Schrecken und heftigen Kopfschmerzen davon. Mitgefühl scheint man in diesen Fernsehshows offenbar nicht zu kennen. The show must go on. Untertitelung des ZDF, 2020